Lernt man Duftnoten erkennen? Einfach durch Ausprobieren. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich damals angefangen, indem ich mir einfach ganz blind irgendwelche Düfte bestellt habe. Und dann zum Beispiel geschaut habe, was haben wir für Gemeinsamkeiten zwischen diesen Düften. Das ist bei Designer-Düften ehrlich gesagt eher schwierig. Also wenn du dir jetzt so einen, keine Ahnung, so einen Stronger With You Absolutely holst und so einen Chanel-Duft. Das ist dann irgendwie so ein bisschen, weißt du, du kannst die Sachen nicht wirklich rausriechen, weil sie so gut miteinander verknüpft. Sobald du dich dann so ein bisschen in die Nischenwelt vortastest, kannst du die Sachen schon sehr, sehr gut erkennen. Zum Beispiel hier bei Via dell'Incenzo zum Beispiel. Das ist halt Weihrauch fokussiert. Ich finde, das riecht man auch. Also da kannst du auch wahrscheinlich noch am ehesten was zu sagen, weil du halt denkst, okay, Kirche, Kirchenweihrauch. So, wenn ich mir jetzt hier anschaue, Vita Nova. Das ist ein Nelkenduft, Gewürznelke. Riecht man, finde ich, auch sehr deutlich raus. Kennt man auch noch von früher. Dann zum Beispiel, das haben wir hier. Oriental Casbah. Der Patchouli-Duft riecht man auch sehr deutlich raus. Bei so einem Lederduft wird es schon schwierig. Also Lederduft wird es schon schwierig. Das nächste, was ich auch sehr, sehr krass fand, sind Iris-Düfte. Das kannst du auch mit einem Prada Lom zum Beispiel machen. Oder mit so einem Giardino del Iris von Farmacia, den ich übrigens, diesen Duft finde ich so geil. Boah, der ist so Hammer. Aber da riecht man es auch sehr deutlich raus, weil es einfach, weil es einfach diese pudelige Iris-Note ist. Genauso wie bei Prada Lom. Und sobald du dann so mal zwei, drei Düfte gehabt hast, wo eine Duftnote wirklich sehr präsent rauskommt, merkst du so, okay, so riecht zum Beispiel Patchouli. So riecht zum Beispiel Iris. So riecht zum Beispiel Weihrauch. Oder halt Leder. Und das ist genau, im Grunde genommen ist es Erfahrung. Man muss halt einfach viel riechen und viel schnuppern. Das kriegst du aber sehr, sehr gut über Samples hin. Also wenn du dir Samples holst, vielleicht ein, zwei mal einen Duft, der dir gut gefällt, dann ist das definitiv drin. Und was auch spannend ist, im Laufe der Zeit wird die Nase natürlich auch viel feiner. Also ich rieche heutzutage Nuancen raus aus Düften, die ich früher nie rausgerochen habe. Zum Beispiel war Alcat für mich am Anfang immer ein sehr tragbarer Duft. Und inzwischen denke ich mir, wow, bro, Alcat, schon derb und fäkal auch teilweise. Aber das habe ich früher einfach nicht so wahrgenommen, weil ich diese Erfahrung nicht hatte. Genau, also das war so dieses Duftnoten erkennen, Alcote. Ja, Cote würde ich nicht sagen, aber es hat schon eine sehr dunkle, ulige Note, um es mal vorsichtig zu formulieren. In welcher Phase befindet sich dein neues Parfum? Das ist ganz spannend. Bin bei den Duftnoten immer noch in der Entwicklung von der DNA. Ich habe jetzt aber gerade das Glas bestellt. Das wird dann bald geliefert. Ich habe die Kappen und die Plaketten für vorn drauf bestellt. Die werden jetzt auch, wird erstmal ein Sample angefertigt. Und dann werden die eben auch geliefert. Das heißt, ja, Flakons, Sprühköpfe, Kappen, Plaketten sind da. Sobald die dann halt alle da sind, kann ich einen Flakon vorbereiten, den ich dann zum Verpackungshersteller schicke, damit der den Karton noch final anfertigen kann. Und dann brauchen wir nur noch das Öl und dann sind wir halt innerhalb von zwei, drei Wochen sind wir ready. Also es geht jetzt relativ flott. Ich halte euch aber bewusst so ein bisschen noch daraus, weil natürlich bestimmte Dinge nicht ganz so verbindlich bis jetzt waren. Ja, also zum Beispiel, dass jetzt die Glasbestellung durch ist, da mache ich echt drei Kreuzzeichen, weil das extrem krass war. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie schwer man an Glas kommt in der heutigen Zeit, weil durch diese Energiekrise Glas einfach extrem teuer geworden ist in der Produktion. Und wir haben es jetzt irgendwie so über Umwege geschafft, da mal so diese Menge, die ich halt bestellen möchte oder halt herstellen möchte, die schon mal so zu saven. Und ansonsten wurde mir gesagt, wäre das frühestens was im Februar 2023 geworden. Da könnt ihr euch vorstellen, dass dem Kai noch mal gut die Knie geschlottert haben, als ich das gehört habe, weil ich dachte, holy, oh nein, Alter, als ob mir jetzt diese verdammte Energiekrise in die Quere kommt. Und ich das Ding bis 2023 nicht veröffentlichen kann, ja. Aber da sind wir noch mal gut drum herum gekommen. Also manchmal muss man auch einfach, manchmal muss man einfach die richtigen Leute kennen. Und deshalb, ja, also das ist alles, es ist quasi alles vorbereitet. Wir müssen nur, wir müssen halt nur, ne, sobald die DNA dann fertig ist und so, müssen wir dann mal in Ruhe auch, dass die Leute testen lassen und vielleicht auch mal so den einen oder anderen Influencer befragen. Gucken, was die so sagen und dann verspreche ich euch, werdet ihr das Ding auch vorbestellen können und dann wird es auch zeitnah dann rauskommen. Das ist so der aktuelle Stand. Die Vorbesteller, also die Leute, die es vorbestellt haben, bekommen auch noch so eine kleine Extrawurst dazu. Weil sie ja jetzt doch schon etwas länger auf den Flakon warten müssen, habe ich gesagt, wir machen ein privates Tasting. Ja, das heißt, wir machen drei Events insgesamt, wo ich mit denen zusammen dann einfach mal einen ganzen Nachmittag lang Düfte teste. Vielleicht ein bisschen Catering auch dazu hole und man halt so eine Art Meet & Greet macht und so ein Hangout live dann, genau. Aber das ist was, das nur die Vorvorbesteller betrifft und wo ich mich aber auch schon sehr darauf freue, da auch mal wirklich so Erfahrungswerte zu sammeln, auch von Leuten, die jetzt in dieser Szene drin sind und dann zum ersten Mal hoffentlich dann auch den Duft riechen. Einfach viel Montal machen. Ja, ich hatte auch schon überlegt, ob ich andere Flakons nehme. Aber das Ding ist, du musst einfach, das Problem ist ja überall gleich. Ja, ob ich jetzt, ja, ich meine, ja, das muss ja auch gewissen Sicherheitsstandards genügen und sowas. Und ich würde mich sehr unwohl damit fühlen, einen Duft in dieser Preisklasse in einem Metallbehälter rauszugeben, ja. Also das ist schon, da ist dann auch schon irgendwie so der Perfektionist da und der das richtig machen will, so. Und es hat jetzt geklappt, deshalb bin ich super glücklich und ich denke, das wird auch alles dann seinen Weg gehen. Nur man kann sich vorstellen, dass diese Geschichte wirklich auch nicht an diese, also dass die ganze Energiekrise nicht an mir vorbeigeht und diese globale Situation, ne. Das ist der Punkt.